Die Schweiz ist allein. Aber jeder Gegner ist übermächtig. La Suisse ist isoliert. Die Schweiz ist stark. Wir haben eine gute Armee. Wir haben eine gute Armee. Aber wir haben keine Ferne. Wir haben eine gute Armee. Wir schützen unser starkes Gelände. Aber wir haben keine Arme. Wir haben eine gute Armee. Unser Angreifer hat eine Tombe. Die uns 정부artig ist존 undздديf Inz trud. Über unser Buch wird das Wasser ges attachiert im Ausbildung. Wir haben eineраaiserte Munzer für unsere Technische benötigung. Der Sexualismus ist zu Ende. Die anderen sind stärker. Die anderen sind stärker. Die anderen sind stärker. Sie werden uns einfach überrollen. Sie werden uns als bunen. Überrollen. Nein. Denn es ist nicht eine große Kraft entdeckend, die wir vorbeigehen müssen, sondern nur die Kraft engagiertes gegen uns. Wir müssen ja nicht einer Großmacht gewachsen sein, sondern nur den Kräften, die sie gegen uns einsetzen kann. Wir müssen nicht mit einer Großmacht gewachsen sein, sondern nur mit dem Mittel, dass sie gegen uns einsetzen können. Aber gegen einen Atomangriff sind wir doch arglos. Aber wir sind impotent, gegen ein Atomangriff. Aber wir sind impräsentiert gegen die Bombe. Die Armee können wir nicht weiterentwickeln. unsere Armee können uns gegen Atomwaffen nicht schützen. Ja, er könnte es sicher, aber ein Atomgroßangriff gegen uns ist unwahrscheinlich. Die Zerstörung der Schweiz ist kein lohnendes Ziel. Aber wir müssen einer Armee, die von Atomwaffen unterstützt wird, begegnen können. Ein Atomgroßangriff gegen uns ist unwahrscheinlich. Eine Zerstörung der Schweiz ist nicht ein Objekt. Wir müssen, aber auch, dass wir ein Esergete mit einem Atomgroßangriff genutzt werden. Die Zerstörung der Schweiz ist unwahrscheinlich. Die Zerstörung des Landen ist kein Vorteil. Wir sind neutral und friedlich. Wir sind neutral und pacifisch. Wenn wir nicht interessanten sind, brauchen wir keine Armee. Wenn wir nicht interessanten sind, brauchen wir auch ein Esergete. Ein schwaches Land zieht den Krieg auf sich und gefährdet auch seine Nachbarn. Ein schwaches Land zieht den Krieg und seine Nachbarn schlägt. Darum müssen wir wehrhaft sein und wollen es bleiben. Und wir können es. Percioh, dobbiamo essere vigilanti. E lo saremo. E possiamo esserlo. E lo saremo. E voulons-nous demeurer vigilants? E cela, nous en sommes capables. «Gemäss Aufmarschbefehl Clara, überschreiten Infanterie und Aufklärungsverbände um 7.15 Uhr den Rat enthalten.» «Gemäss Aufmarschbefehl Clara, überschreiten Infanterie und Aufmerksamkeit.» «Gemäss Aufmarschbefehlafräd Beautiful outfit» «Gemäss Aufmerksamkeit.» Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nella caverna sinistra in posizione. 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 Regolo 3 con bariball, ordine partenza subito. Corso 325, stop montare altezza 80. 0. Termine. 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 Dependion. Schau! Schau, schau, schau. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.